Hallo, ich grüße euch. Heute ist ein sehr spannendes Thema, denn es steht wieder an im Unterricht in der 10. bzw. 11. Klasse, wir nennen es die E-Phase, die Einführungsphase, steht das Thema an Religionsphilosophie bzw. ein kritischer Blick auf Religionen. Warum ist das wichtig im Ethikunterricht? Weil wir uns die grundsätzliche Frage stellen müssen, was denn der Maßstab unseres Handelns ist. Das kann eben entweder religiös begründet sein und Religionen geben ja auch ihren Anhängern Handlungsnormen vor, das heißt Regeln, wie sie handeln sollen. Das kann also entweder religiös begründet sein oder außerreligiös und dann bleibt uns nur noch im Ethikunterricht unsere Vernunft. Es gibt natürlich auch noch andere Maßstäbe wie dein Bauchgefühl oder das, was deine Eltern dir sagen oder sonst was. Wir sind aber jetzt schon so weit, dass wir die grundsätzliche Frage stellen, ist Religion mein letzter Maßstab, also Gott, oder ist es der Mensch mit seiner Vernunft? Das ist die grundsätzliche Weiche, die wir uns betrachten. Und auf meinen Recherchen dazu, was das denn in der Praxis bedeuten würde, bin ich auf ein Beispiel gestoßen von Abul Barah. Das will ich euch mal auf meinem Monitor hier zeigen. Hier ist er. Das Video heißt also so, ich kann das nicht aussprechen. Und der Kanal ist Abul Barah und er hat 78.200 Abonnenten. Das ist nicht wenig. Hier haben wir mal Vollbild und schauen uns mal an, was er zu sagen hat. Bei der Frau entfernt man ein Stück von der Klitoris. Die Frau weiß, was das ist. Gut, wir halten hier schon mal fest Abul Barah, ein, ja ich weiß nicht, ob man ihn Prediger nennen kann. Auf jeden Fall ist er eine relevante Figur in einer bestimmten muslimischen Gemeinde. Darauf kommen wir gleich noch. Er sagt hier, dass es muslimische Praxis sei, bei der Frau einen Teil der Klitoris zu entfernen. Das ist schon mal starker Tobak. Denn diese Praxis ist in Deutschland grundsätzlich nicht erlaubt. Sie ist verboten. Natürlich kann man an der Stelle auch über männliche Beschneidungspraktiken diskutieren. Aber das ist an der Stelle nicht das Thema des Videos. Vor allem, weil es in Deutschland auch nicht verboten ist. Das ist natürlich kein Grund, nicht trotzdem darüber nachzudenken. Aber das würde zu weit führen. Und es ist als extremes Beispiel auch nicht geeignet. Damit meine ich Beispiele, bei denen auch die Schüler sofort nachvollziehen können, dass da was problematisch ist. Und das ist vor allem eben bei der Beschneidung der Frau der Fall. Und Abulbara beschreibt es hier also tatsächlich als ein Entfernen eines Teils der Klitoris. Also hochproblematisch, weil es für die Frau natürlich bzw. für das Mädchen sehr, sehr schmerzhaft ist. Und auch nachhaltig zu großen Problemen führen kann, wie medizinische Gutachten belegen. Und wir schauen mal weiter, was er zu sagen hat noch. Entfernt ein Stück von der Klitoris, sodass diese nicht mehr allzu lang ist. Aber man darf hier nicht übertreiben, indem man alles entfernt. Und hier muss man gucken, bei diesem Mädchen, ob sie überhaupt eine Überlänge von der Klitoris haben. So, wir halten weiterhin fest, dass er von einem Mädchen spricht. Das heißt, es geht hier nicht um die Entscheidung einer mündigen erwachsenen Frau, die das bei sich vielleicht aus freiem Willen vornehmen möchte, sondern um Mädchen. Ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall unter 14-jährige Mädchen sind. Bei meinen Recherchen bin ich immer wieder darauf gestoßen, dass es entweder in sehr, sehr jungem Alter schon passiert, im Säuglingsalter, oder dann zumindest als Übergangsritual zum Übergang zur sozialen Rolle der erwachsenen Frau in der Gemeinde. Und das muss so kurz vor der Pubertät passieren, also im Alter von 10 bis 12 Jahren. Warum ist 14 Jahre, werde ich manchmal gefragt, warum sollte 14 Jahre gerade so eine Grenze sein? Also das interessiert mich dann immer, passiert es vor 14 oder nach 14, aber selbst 14 wäre auf jeden Fall viel zu jung für sowas. 14 Jahre ist offiziell das Alter in Deutschland der Religionsmündigkeit. Mit 14 Jahren kannst du selbst entscheiden, unabhängig von deinen Eltern, zum Beispiel in der Schule, welchen Religionsunterricht du besuchen möchtest, oder ob du sogar gar keinen Religionsunterricht besuchen möchtest und das Fach Ethik stattdessen wählst. Dann hat es im bürgerlichen Gesetzbuch, glaube ich jedenfalls, damit zu tun, dass du ab 14 überhaupt sexuell aktiv sein darfst mit einem Partner. Unter 14 ist es grundsätzlich verboten. Also du darfst keinen Sex mit jemandem haben unter 14. Das hat eben auch den Hintergrund, dass man dich zur Sicherheit sagt, bis zum Alter von 14 kannst du das noch nicht beurteilen, ob du das wirklich möchtest. Du kannst irgendwelche Flausen im Kopf haben und kannst eben Handlungen begehen, die du später schwer bereuen wirst. Und deswegen hat man eine klare Grenze gesetzt, weil es auch eine Diskussion tatsächlich gab, ob nicht Sexualität mit Kindern erlaubt sein soll, weil angeblich Kinder manchmal das Bedürfnis zeigen würden und so weiter. Aber das hat man dann gerichtlich eben eingebunden und hat gesagt, wenn ein zwölfjähriger Mensch das Bedürfnis äußert, mit einem Erwachsenen angeblich sexuelle Handlungen zu vollziehen, kann man das nicht ernst nehmen. Und es ist sehr, sehr sicher davon auszugehen, dass die Person, wenn sie dann älter wird, das bereuen wird und eben Schaden davon tragen wird. Deswegen ist das eine juristische Grenze mit 14 Jahren. Die Sexualität hat jetzt hier nichts mit der Beschneidung zu tun, aber es hat doch was mit der Einschätzung zu tun, ab wann man laut Gesetz sagt, ein junger Mensch kann jetzt einigermaßen für sich selbst weittragende Entscheidungen treffen. Und deswegen ist 14 so eine Zahl. Und aus dem, was Abul Barah hier sagt, gehe ich davon aus, dass er über Mädchen spricht, die auf jeden Fall deutlich unter 14 Jahre alt sind. Wenn ich falsch liege, könnt ihr mich gerne berichtigen in den Kommentaren. Wenn Sie sowieso kaum Wasser an Länge von der Klitoris, dann ist dieses sowieso nicht Pflicht für die... Okay, wir halten weiterhin fest, jemand muss beurteilen, ob die Klitoris überhaupt eine Überlänge hat. Da würde mich natürlich interessieren, was der Maßstab dafür sein soll, wer entscheidet das und woran macht man das also fest? Also das interessiert mich ja nicht ernsthaft für die Praxis, also um da nichts Falsches zu vermitteln. Ich halte das grundsätzlich für falsch, was hier angeführt wird. Und ich habe es auch schon mal gesagt, dass es auch juristisch, dass es einfach gesetzlich verboten ist in Deutschland. Aber jetzt hören wir uns nochmal an, was denn der Grund dafür sein mag. Frau, liebe Geschwister, was ist überhaupt der Sinn bei der Frau? Scheich Al-Islam Ibn Taymiyyah, er sah in Majmur Al-Fatawah, Rahimullah Ta'ala, dass, wenn die Frau eine Überlänge bei der Klitoris besitzt, so hat sie ein sehr großes Verlangen nach Intimität. Und indem dieses kleine Stück entfernt wird von der Klitoris, so normalisiert sich das Verhältnis von dieser Frau zur Intimität. Gut, hier sind zwei weitere interessante, oder sehr dumme Punkte eigentlich. Der erste Punkt ist, hier wird ein Zusammenhang behauptet zwischen der Länge der Klitoris und dem sexuellen Verlangen der Frau. Das halte ich für vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Ich habe recherchiert, ich habe da keinerlei Material dazu gefunden. Er verweist ja auf irgendeinen muslimischen Gelehrten, der das so behauptet. Tja, das mag intuitiv, wenn du in der Rolle bist, dass du entscheidend plausibel erscheinen. Aber bringt mir gerne einen Beleg, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der zweite Punkt ist natürlich, der Grund der Beschneidung ist die grundsätzliche Restriktion, das Einschränken des Lustempfindens der Frau. Das ist allerdings grundsätzlich oft ein Hintergrund von Beschneidungen, auch bei Männern. Die Beschneidung ist ja nicht immer nur ein religiöses Ritual. Es gibt schon außer Vorgründung von Religion die Tradition. Und es hat immer damit zu tun, dass die Kulturen irgendwie das Verhältnis zur Sexualität oder dass sie Sexualität irgendwie im Zaum halten wollen. Und bei Jungs im Christentum wurde das auch früher gemacht, mit der Begründung eben Masturbation vorzubeugen, weil das auch als Sünde angesehen wurde. Und hier bei der weiblichen Beschneidung geht es eben auch darum, das Lustempfinden der Frau im Zaum zu halten, damit sie sich eben, das sagt er jetzt hier nicht, das leite ich daraus ab, eben mehr auf den richtigen, korrekten Weg konzentrieren kann, damit sie weniger verführt wird, außerehelich Sexualität zu haben, dass sie vielleicht auch ihren Mann nicht zu oft bedrängt in der Ehe, damit er sich mehr aufs Wesentliche konzentrieren kann und sie selbst sich natürlich auch. Also es geht hier um eine Eindämmung der Sexualität, in dem Fall eben der weiblichen Sexualität, was wir natürlich auch in Frage stellen müssen, mit welchem Recht man von außen dann, wenn das Lustempfinden der Frau eindämmen soll. Und es wird durch die Beschneidungspraxis ganz sicher eingedämmen, weil es eben einfach mit sehr vielen Schmerzen verbunden ist, auch im Erwachsenenalter dann. Ja, und wir müssen uns natürlich fragen, ob das rechtens ist, ob es reicht, es so zu begründen, dass Gott das angeblich so verlangen würde, oder ob wir das außerreligiös begründend eben vernünftigerweise eigentlich ablehnen würden. So, jetzt lasst uns aber mal nachschauen, wer Abul Barra eigentlich ist. So, wenn wir hier mal auf die Website des Verfassungsschutzes in Niedersachsen gehen, steht hier, dass Abul Barra seit Anfang 2020 tätig ist in der Moschee der deutschsprachigen muslimischen Gemeinde in Braunschweig. Und hier habe ich deren Instagram-Account und hier sehen wir also ein paar, wie nennt sich das, Highlights. Und hier haben wir auch Abul Barra dabei und hier sieht man dann auch ein Thumbnail von ihm und da unten taucht er nochmal auf. Also an verschiedenen Stellen ist er tatsächlich dort aktiv, in Kooperation mit ihm und so weiter. Hier sehe ich auch Marcel Gras, zu dem ich ja auch schon mal was gemacht habe. Ibrahim kenne ich auch von YouTube. Also das sind schon alles Personen, die ich als sehr, sehr konservativ gläubig einstufen würde. Also zur Beschneidung, nach meinen Recherchen, die weibliche Beschneidung hat wenig bis nichts mit dem muslimischen Glauben zu tun. Das wird unterschiedlich ausgelegt. Also die Einschätzungen, die ich bisher gelesen habe, gehen recht einhellig davon aus, dass es eine außermuslimische Praxis ist, die in bestimmten Kulturen schon vorhanden war, bevor der Islam dort eingeführt wurde. Es geht eher um die Frage, ob der Islam das trotzdem entweder als wünschenswert anerkennt und es eine gute Tradition sei, die weitergemacht werden soll, äquivalent dann auch zur männlichen Beschneidung oder ob der Islam dann eher den Standpunkt vertritt, dass die weibliche Beschneidung eher abzulehnen sei. Das ist so die Diskussion, wenn man mal ein bisschen recherchiert. Also ich behaupte hier nicht, die Muslime würden das von ihren Frauen erwarten. Ja, ganz wichtig. Aber trotzdem ist ja Abul Barah eine Figur, der viele anscheinend zuhören und deswegen würde mich auch von euch interessieren, was eure Praxiserfahrungen sind. Wenn ihr selbst Muslime seid, spielt dieser Gedanke für euch irgendwo eine Rolle oder nicht? Wir kommen später noch darauf. So, wir gehen jetzt mal auf diese Website hier. Hier heißt Islam Fatwa. Das ist eine, also eine Fatwa ist nach meinem Verständnis ein muslimisches Rechtsgutachten und das hier ist eine Datenbank von Fatwas aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt. Und sehr interessant ist hier die Überschrift unzulässige Mädchenbeschneidung und dann in Klammern pharaonische Beschneidung, Genitalverstümmelung. Also die Mädchenbeschneidung teilt man in vier Stufen ein, die ich jetzt nicht alle im Detail durchgehen würde, aber die krasseste ist die pharaonische Beschneidung, wo dann die Klitoris komplett herausgeschnitten wird. Die Klitorisvorhaut dann natürlich auch. Die inneren Schamlitten werden komplett entfernt, meines Wissens. Und die äußeren Schamlitten werden innen verletzt, aufgeraut oder sogar aufgeschnitten und vernäht miteinander. Die Mädchen kriegen dann die Beine zusammengebunden, wochenlang, damit es möglichst zusammenwachsen soll. Es wird nur eine kleine Öffnung für die Entleerung der Blase eben gelassen und für das Menstruieren. Also ganz, ganz furchtbar. Und das wird hier als unzulässig beschneidet. Also wenn hier unzulässige Mädchenbeschneidung steht, dann bezieht sich das auf die pharaonische Form der Beschneidung. Und die harmloseste Form ist es sicher auch in dem Zusammenhang, besteht darin, dass nur die Klitorisvorhaut entfernt wird. Nur klingt da auch ein bisschen verharmlosend schon. Aber das ist quasi die Spannbreite. Diese ganz radikale Beschneidung, die man pharaonische Beschneidung nennt, auf der anderen Seite. Die harmloseste ist dann die Entfernung der Klitorisvorhaut. So, und hier wird also eine Frage gestellt von einer somalischen Gemeinde oder ja, eine somalische Familie, die eben den Islam praktiziert. Offensichtlich weiß ich jetzt gar nicht, wo die sind. Auf jeden Fall ist das ja eine deutschsprachige Website. Und sie beschreibt in diesem Text eben, dass man nun erwartet, eine pharaonische Beschneidung der Tochter oder sowas. Ich muss gerade mal kurz lesen. Okay, es wird hier nur die Praxis erklärt und sie wollen jetzt ein gesetzliches Urteil dazu wissen. In der Tat ist die Erlösung vieler muslimischer Frauen in vielen Ländern abhängig, ich mach das mal größer, abhängig von ihrem Urteil. Wow, im Moment Wer der Adressat ist, weiß jetzt nicht, diese Website hat das Urteil auch nicht gesprochen, sondern übersetzt. Das ist also eine ältere Fatwa, aber hier steht auch jetzt kein Datum dabei. Die Antwort ist nun hier eindeutig ablehnend bezüglich dieser pharaonischen Form der Beschneidung. Und jetzt werden hier ein paar Zitate aus Hadithen und so weiter, wenn ich das richtig verstehe, angeführt. und Hintergrund hier ist, es soll weder Schaden bringen, noch Schaden entgegenwirken. Und jetzt, was die zulässige Form der Beschneidung angeht, so besteht diese daraus, einen geringfügigen Teil der Klitoris an der vorderen Vulva zu entfernen. Das wird in dieser Fatwa als zulässig dargestellt und wir merken uns, es geht um die Entfernung eines geringfügigen Teils der Klitoris. Und dann wird hier weiter auf einen Text verwiesen. Ich bitte um Verständnis, dass ich davon zu wenig Ahnung habe, um jetzt zu sagen, was das für ein Text ist und welchen Stellenwert er hat. Ich meine, es ist eine Hadithe und später kommen wir noch darauf, dass es eher als schwache Hadithe gedeutet wird. Aber Zusammenhang ist, dass Mohammed das wohl zu einer Frau gesagt haben soll, die diese Beschneidung durchgeführt hat. Und hier steht dann, reduziere es nur geringfügig und überschreite nicht die Grenze, denn das ist besser für ihre Gesundheit und begehrenswerter für den Ehemann. So wird das begründet. Und jetzt schauen wir uns nochmal das letztliche Urteil an. Ja, das war eigentlich das Fazit daraus. Also was die zulässige Form angeht, so besteht sie daraus, einen geringfügigen Teil der Klitoris an der vorderen Bulva zu entfernen. Und das wird nun begründet mit diesem Spruch. Wir können uns die Fußnote noch anschauen. Das ist Abu Dawud im Buch Manieren Absatz 5271. Da werden wir auch noch drauf zurückkommen. Ja, das scheint also dann das Rechtsgutachten zu sein. Vor allem ist es eben keine Pflicht, sondern eine zulässige Form der Beschneidung. Jetzt schauen wir uns mal an, was dieses Islam-Fatwa überhaupt ist. Dazu gehen wir mal auf Über uns. So, und hier haben wir jetzt das Impressum und hier steht der Name Nasser Malik. Und wenn wir den mal ein bisschen recherchieren, kommen wir hier raus. es geht also um dieses Buch Radikalisierung im Cyberspace und hier steht jetzt in Kapitel 3 Islam-Fatwa und da sind wir genau bei dieser Website. Hier wird Nasser Malik genannt als Betreiber der Website und hier andere salafistisch geprägte Websites nennen ebenfalls Malik als Betreiber. Also es wird jedem Salafismus zugeordnet. Was ist Salafismus? Also das sind jetzt aus meinem Bauch heraus, aus meinem Unwissen heraus, das ist eine sehr, sehr konservative, orthodoxe, islamische Strömung, würde man sagen, die sich eben auf ein Islam bis zu drei Generationen, glaube ich, nach der Gründungszeit durch Mohammed bezieht. Und sie wollen also genau so leben wie die Muslims zu der Zeit, grob gesagt. Wenn wir jetzt mal hier auf die Website gehen, das BMFSFJ, das Bundesministerium, für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und die haben hier eine Aufklärungsbroschüre. Findet ihr auch dann in der Videobeschreibung unten den Link, könnt ihr euch dann herunterladen. Und hier wird also auch über den Salafismus was gesagt. Ist eine islamische Strömung, leitet sich ab aus dem Arabischen, was die frommen Altvorderen bedeutet. und bezieht sich eben auf eine ganz alte traditionelle Form des Islam und kann eben in seiner Auslegung schon etwas strikter sein. Und deswegen wird der Salafismus eigentlich in Deutschland auch, soweit ich weiß, vom Verfassungsschutz beobachtet. So, das könnt ihr euch dann, also diese Aufklärungsbroschüre ist noch interessant. Gehen wir ganz hoch. Ist eben Salafismus online. Und darum geht es ja, wo ist die Jugend heute unterwegs, aber auch Erwachsene auf, keine Ahnung, wo die jugendlichen Muslime unterwegs sind online, aber auf YouTube findet man eben auch diese Quellen, die ich ja jetzt auch gefunden habe. Und ich wundere mich auch ehrlich gesagt, dass Abu Barah, dass das Video noch online ist, wo also ausdrücklich aus muslimischer Sicht sagt, dass die Beschneidung von Frauen, von Mädchen unter bestimmten Umständen, nämlich wenn die Klitoris als zu lange achtet wird, geboten sei. So, jetzt gehen wir mal weiter zu einer anderen Quelle, die sich auch dazu äußert. Das ist der Islamische Zentralrat in der Schweiz. Diese Quelle habe ich von einem auf YouTube aktiven Muslim übermittelt bekommen zu dieser Frage. Und hier wird also auch von den verschiedenen Typen der Beschneidung erstmal gesprochen. Und wichtig ist dann, dass es hier nun in der Beurteilung heißt, die Beschneidung der Frau im Islam besteht darin, dass die Klitoris Vorhaut entfernt wird. Das ist schon mal wieder was anderes. Also, wenn hier überhaupt von einer akzeptablen Form gesprochen wird, dann von der Entfernung der Klitoris Vorhaut. Auch die ist nicht erlaubt, offensichtlich, weil es zu problematisch ist. Also, nach dem deutschen Gesetz nicht erlaubt. So, und jetzt wird es auch wieder begründet mit dieser Hadithe, soweit ich weiß, es ist ja eine Hadithe. Eine Frau nahm die Beschneidung der Frauen in Al-Madina vor und so sagte der Prophet zu ihr und jetzt kommt dieses Zitat Schneide nicht darüber hinaus, denn dies ist besser vergnüglicher für die Frau und den Mann lieber und ich würde fast behaupten, dass das die gleiche Textstelle ist wie diese hier. Reduziere es nur geringfügig und überschreite nicht die Grenze, denn das ist besser für ihre Gesundheit und begehrenswerter für den Ehemann und das stammt ja aus diesem Text, Abu Dawood. Wenn ihr das mal nachschlagt, also ich habe englische Varianten gefunden, da ist von Klitoris überhaupt nicht die Rede, da steht nur, dass man nicht weiter schneiden soll. Wir können es ja mal zum Spaß suchen. Abu Dawood 5271 So, ich müsste jetzt natürlich Alt-Arabisch können, um das einzuschätzen, das kann ich aber nicht, aber alle englischen Übersetzungen, die ich gefunden habe, lauten dann A woman used to perform, also das ist der Kontext, dass eben der Prophet zu der dieser Beschneiderin diesen Satz gesagt haben soll, do not cut severely as that is better for a woman and more desirable for a husband, also schneide nicht ernsthaft, wörtlich übersetzt, jetzt ist natürlich, geht daraus überhaupt nicht hervor, was das bedeuten soll, ernsthaft schneiden, es könnte bedeuten, manche legen es so aus, eben nur die Vorhaut abzuschneiden, manche legen es so auf, dass du, also wie diese Islam Fatwa, die legt es ja so aus, dass du die Klitoris nicht ernsthaft abschneiden sollst, vielleicht nur bis hin zur Vorhaut, vielleicht soll es einfach bedeuten, wenn die Klitoris aus der Vorhaut herausragt, dass man es dann zurückschneiden soll, bis zum Beginn der Klitoris Vorhaut, ich weiß es nicht, ihr könnt mich gerne aufklären, auf jeden Fall haben wir hier schon mal zwei unterschiedliche Auslegungen, die Islam Fatwa und Abul Barra gehen eben von einer teilweise von einem teilweise abschneiden der Klitoris aus und dieser islamische Zentralrat in der Schweiz akzeptiert wenn überhaupt dann nur die sogenannte Sunnah Beschneidung und das ist nur die Abtrennung der Vorhaut, also das nennt man hier Sunnah Beschneidung irgendwo habe ich den Begriff auch gelesen genau hier in der Überschrift gleich der Unterschied zwischen FGM also Female Genital Mutilation heißt das oder auf deutsch weibliche Genitalverstümmelung und der Sunnah Beschneidung und die Sunnah Beschneidung wird hier also als akzeptable Form dargestellt wir schauen uns das Fazit auch noch mal an und hier steht in der vorliegenden Zusammenfassung zum Thema Beschneidung der Frau konnte zweifelsfrei aufgezeigt werden dass neben der durch die islamische Normativität nicht sanktionierten pharaonischen Beschneidung das heißt also dass es islamisch nicht gerechtfertigt ist oder nicht erlaubt ist eine pharaonische Beschneidung durchzuführen in den relevanten Rechtsquellen sehr wohl klare Hinweise auf eine ungleich moderatere Sunnah Praxis das heißt auch so was wie eine freiwillige wohl gut angesehene Handlung wenn ich recht informiert bin gibt nämlich die Entfernung der Klitoris Vorhaut auch die Rechtskläden haben sich nicht über die Validität der Praxis gestritten sondern einzig über die Frage der Einordnung als Wajib das heißt wahrscheinlich Pflicht religiöse Pflicht gegenüber Allah oder eben eine gute Sitte eine Praxis die begrüßt wird und wünschenswert ist es gibt demnach keine Rechtsschule die die Beschneidung der Frau nicht mindestens als Sunnah kategorisiert hätte also diese Einschätzung des Zentralrats der Muslime in der Schweiz sagt dass es islamisch nirgends verboten ist dass man sich und es geht nur um diese Beschneidung der Klitoris Vorhaut und es gibt höchstens einen Streit darüber ob es geboten sei ist ob es eine religiöse Pflicht ist oder eher eine freiwillige gottgefährlige Handlung sei das ist schon starker Tobagen wir halten fest dass diese Praxis in Deutschland verboten ist in der Schweiz habe ich jetzt nicht recherchiert müsste man mal könnte er selbst so machen also ich kann mir nicht vorstellen dass das in der Schweiz erlaubt ist dann haben wir wenn wir uns hier die das Impressum mal anschauen gehen wir mal hier auf über uns kommen wir raus bei Nicolaus Blanco als Präsident des Islamischen Zentralrates und über den lesen wir auf Wikipedia unter der Überschrift Kontroversen Blanco bzw. der Islamische Zentralrat Schweiz wurden in der Presse als gefährliche Islamisten charakterisiert jemand anders den ich nicht aussprechen kann bezeichnet ihn als Randerscheinung in der muslimischen Landschaft Randerscheinung in der muslimischen Landschaft ich kann das alles nicht beurteilen aber wir sehen dass es durchaus kontroverse Personen sind die hinter gut frequentierten Websites stecken die ich auch zum Teil empfohlen bekomme von anderen Muslimen jetzt gehen wir noch auf eine weitere Einschätzung die Website heißt Abu Amina Elias das ist der Betreiber der Website über den ich jetzt tatsächlich nichts negatives nichts außergewöhnliches gefunden habe er widmet sich derselben Frage das ist Larm Support Female Genital Mutilation FGM also diese weibliche Genital Verstümmelung das ist interessant zu lesen hier geht schon los Female Circumcision weibliche Beschneidung auf deutsch Circumcision ist auch der medizinische Fachbegriff leichter verständlich bei der jungen Beschneidung Circumcision das heißt kreisrunde Schneidung kreisrundes Schneiden da wird einfach die Penis oder nicht einfach es wird die Penis Vorhaut um den Penis herum entfernt abgeschnitten das nennt man Circumcision als medizinischen Fachbegriff und manche benutzen das eben auch für die weibliche Beschneidung und damit ist dann wirklich nur gemeint eben das Entfernen der Vorhaut der Klitoris Vorhaut und jetzt heißt es known pejoratively pejorativ gibt es auch als Fremdwort im Deutschen das heißt herabwürdigen negativ besetzt heißt das in its extreme form is female chattel mutilation also herabwürdigend negativ konnotiert negativ belegt in seiner Extremform als eben weibliche Genitalverstümmelung oder cutting also schneiden is not prescribed in the Koran and there are no authentic prophetic und so weiter also hier ist der Standpunkt dass es aus dem Koran nicht hervorgeht dass die Frau auch in der harmloseren Form beschnitten werden muss und es gibt auch ansonsten keine seriösen Quellen aus denen man das ableiten könne aber sprachlich können wir jetzt hier schon mal feststellen dass er von weiblicher Beschneidung spricht und Genitalverstümmelung und so weiter als negative Form der weiblichen Beschneidung oder negative sprachliche Ausdrucksform der weiblichen Beschneidung bezeichnet ich würde durchaus an dieser Stelle sagen dass wenn man sich auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte beruft und sich die Frage stellt warum das in Deutschland grundsätzlich verboten ist man eben auch diese hier als harmlosere Form dargestellt sie ist sicher auch von allen Varianten die harmloseste auch diese Form als Genitalverstümmelung mit Recht bezeichnen könnte und das wird hier eben nicht getan es wird hier von Zirkung Zession gesprochen als neutralen Vorgang und Genitalverstümmelung wird als negativ dargestellt eben vermittelt jetzt gibt es hier verschiedene Zitate entweder aus dem Koran oder aus Hadithen das scheint jetzt eine Hadithe zu sein bitte verzeiht wenn ich da falsch liege es gibt grundsätzlich die Regel do not cause harm or return harm also verursache keinen Schmerz und gib keinen Schmerz zurück dann sei die Zirkumzession die Beschneidung eine Tradition für Männer aber ehrenwert für Frauen und er geht jetzt hier manche Quellen durch unterm Strich kommt dabei heraus dass die Quellen bezüglich der weiblichen Beschneidung allesamt nicht gut genug belegt sind man spricht dann auch meines Wissens von schwachen Hadithen es gibt starke Hadithen die man fast schon in ihrem Status gleichsetzt mit dem Koran und es gibt dann schwache Hadithen wo einfach Unsicherheit besteht ob die tatsächlich authentisch sind oder nicht ob die Überlieferungen korrekt sind oder nicht so und hier kommt jetzt wieder dieser gleiche Zitat das wir schon kennen es wird auch als Quelle der gleiche Autor mit dem gleichen Vers genannt do not cut severely das hatten wir vorhin schon uns angesehen as it is better for the woman and more desirable for the husband so und auch hier steht dass der Erzähler unbekannt ist und diese Überlieferung schwach sei jetzt kommen wir zur schlussendlichen Einschätzung therefore the practice of female circumcision does not have support from the Koran and the tradition of the prophet also die weibliche Beschneidung hat keinerlei Unterstützung aus dem Koran oder aus sonstiger einer Tradition des Propheten das wären dann die Hadithen es ist eine kulturelle Tradition die von Muslimen eher angenommen wurde oder von muslimischen Gläubigen die haben die Tradition übernommen weil sie bereits bestand und als dann der Islam in diese Region kam wurde das irgendwie so adaptiert angepasst angenommen also von den muslimischen Kulturen und die meisten Muslimen praktizieren es nicht jetzt kommt hier der wichtige Satz Wenn die weibliche Zirkunzession zu körperlichen Schaden führt dann ist es durch den Islam verboten jetzt ist natürlich die Frage führt sie dazu oder nicht deswegen ist diese Quelle für mich das ist jetzt die einzige die ich gefunden habe die sich hauptsächlich ablehnend äußert ich muss gerade nochmal schauen hier steht nämlich tatsächlich auch we must then take into consideration that many medical professionals consider it to have detrimental effects for the girls who undergo the operation also Mediziner stufen 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 ganz klar so ein dass die weibliche Beschneidung eben schädigende Effekte schädigende Auswirkungen auf die Mädchen haben die das durchleiten müssen und hier steht dann weiter auf dieser Basis on this basis it would be impermissible to allow the custom to continue es wäre also unzulässig diese Sitte weiterhin zu erlauben weil im Islam eben die der Schutz der Person und des Lebens und des Körpers sehr sehr hohen Stellenwert haben anything that compromises this legal necessity by bringing harm to the person is unlawful steht hier also gleichzeitig steht am Ende eben dass die weibliche Zirkunzession dann abzulesen abzulehnen sei wenn sie zu körperlichem Schaden führt das lässt also aus meiner Sicht noch eine Interpretation offen und wenn die Eltern nun entscheiden kann man ja mal hypothetisch jetzt so ein bisschen was entwerfen wenn die Eltern entscheiden es ist gut für meine Tochter weil sie irgendwelche Gründe anführen dass es reiner sei dass es zu unserer Kultur passt dass es ihre Sexualität einschränkt oder im Zaum hält und so weiter es ist also besser als das bisschen körperlicher Schaden die dann davon trägt dann lässt diese Passage meines Erachtens das zu aber es ist völlig natürlich außer jeder Konkurrenz was ich hier sage mich würde nur interessieren falls ihr es bisher ausgehalten habt die muslimische Gemeinde die sich das jetzt ansieht oder die Muslime die sich das ansehen welchen Stellenwert hat das für euch ich beziehe mich hauptsächlich jetzt auf den Anfang von Abu Barra das ist ja jemand dem viele zuzuhören scheinen mit ihm werden auch Marcel Krass auf der Instagram Seite dieser Moschee der deutschsprachigen Gemeinde oder wie sie heißt deutschsprachigen islamischen Gemeinde angeführt und andere die man aus dem Internet kennt die die haben ja eine nicht zu vernachlässigende Zahl an Followern welchen Stellenwert hat deren Wort für euch gibt es sogar jemanden der die selbst betroffen ist geht dir im Bekanntenkreis irgendwie mit dass das ein Thema ist wird es tatsächlich praktiziert also ich ich weiß von Ministerin Giffey auf der Webseite des Bundesfamilienministeriums das in Deutschland dass die Zahl der verstümmelten nenne ich es jetzt auch mal Frauen in Deutschland stark zugenommen hat um 40% gestiegen sei was mit Flüchtlingsbewegungen zu tun hat weil eben Frauen einreisen aus Regionen wo das praktiziert wird und natürlich weiß man auch dass die Zahl der Beschneidung der daraus hervorgehenden Nachkommenschaft der weiblichen nicht bei null sein wird das heißt manche führen das vielleicht auch in zweiter Generation bei ihren Mädchen durch manche oder viele vielleicht auch nicht darüber kann ich nichts aussagen aber wir haben jetzt auch gesehen dass Frauen aus somalischen Gemeinden Anfragen stellen wie das im Islam zu sehen ist und so weiter und diese Redner wie Abul Barra zu Marcel Gras kann ich nichts sagen aber zu dem Thema was gesagt hat das weiß ich nicht aber sie scheinen eine gewisse Autorität zu genießen und jetzt die privaten Familien die werden ja keine offiziell irgendwo Rechtsgutachten von höheren Stellen einfordern ich kann mir vorstellen dass die Prediger in der Moschee da ein wichtiger Ansprechpartner sind und was die raten wird eben durchgeführt wie ist eure Erfahrung damit wie ist eure Position dazu das würde mich ernsthaft interessieren gut das war es für heute ich hoffe es war interessant für euch bis zum nächsten Mal ach und ich möchte an der Stelle auch noch hinweisen auf meinen neuen Instagram Account veganer unterstrich ethiklehrer da könnt ihr mich auf Instagram finden und verfolgen mir folgen so bis dann tschüss bis dann bis aí hin THEM bis zum haven illegal Hahn Apparently yeah